Das ist sehr, sehr schwierig. Aber, ähm, Unterricht. Hund oder Karte? Hund. Sushi oder Burger? Sushi-Burger. Yummy. Okay, Sushi. Urlaub in den Bergen oder am Meer? Meer. Sportlich aktiv oder Couch-Potato? Sportlich aktiv. Grüner Daumen oder Kunstblume? Kunstblume? Ah, okay. Grüner Daumen, natürlich. Kochen oder Auswärtsessen? Auswärtsessen. Musik 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 Wer 회ver